so ihr lieben jetzt kooperiert die technik ich wollte euch hier auf meinem frisch verschneiten wunderschönen spaziergang über den zugefrorenen see ein paar inputs mitgeben über das gesetz der rückschlüsse wir hatten ja gestern in unserem call coaching call von divine creation mastermind hatten wir auch das gesetz der rückschlüsse noch mal genauer angeschaut und jetzt wollte ich mit euch das auch noch mal teilen hier und zwar geht es wirklich darum zu verstehen wie kraftvoll und wie machtvoll wir als menschen hier sind und wie kraftvoll und machtvoll das ist was wir denken und wir sind uns oftmals nicht bewusst dass die rückschlüsse die beurteilungen und die bewertungen die wir machen über eine situation und insbesondere auch über menschen 100 prozent kreieren alles was du glaubst entsteht deswegen ist es so wichtig zu wissen was für rückschlüsse was für annahmen triffst du was denkst du über eine person zum beispiel und diese überlegung dass du dir jeden moment machen was denke ich über die person die ich gerade treffe was für rückschlüsse ziehe ich anhand der kleidung was für rückschlüsse ziehe ich anhand des alters wir sind so konditioniert und wir sind so trainiert darauf diese rückschlüsse und einordnungen zu machen und wir merken nicht dass es aus uns heraus entsteht dass wir den menschen durch das was wir über sie annehmen weil es sind nur annahmen wir wissen nichts respektive wir wissen doch wir wissen was wir annehmen und das was du annimmst ist wahr das was du glaubst ist wahr und wenn du einen menschen anhand seines erscheinungsbildes durch deine filter durch deine grundsätze durch deine überzeugungen hin beurteils hast du diesen menschen für dich in einer realität kreiert und andersrum ist es auch genauso wenn du alle annahmen alle beurteilungen entfernst dann sind sie bedeutungslos und wirkungslos dann ist das was du kreiert hast plötzlich wieder unkreiert es ist nichts es ist neutral es ist aufgelöst und du kannst diese person wenn wir neu kreieren du kannst neue rückschlüsse ziehen du kannst neue annahmen ziehen und so entsteht ein neuer mensch in deiner welt und genauso entsteht heilung genauso passiert heilung du kreierst alles du bist alleiniger schöpfer in deiner realität du wählst die version von dir selbst du wählst die version der person mit der du interagierst oder die du betrachtest die du in deinem leben hast du wählst du wählst alles und du hast es schon immer getan du hast schon immer deine rückschlüsse gezogen du hast schon immer deine interpretationen gemacht und wie oft waren die nicht positiv wie oft waren die durchmischt mit befürchtungen wie oft sind die durchmischt mit alten stories mit alten erlebnissen und wenn du etwas neues haben möchtest musst du das alte loslassen musst du das alt nicht mehr wieder kreieren und es geht nur indem du alles neu machst es geht nur indem du neue rückschlüsse ziehst in dem du neue interpretationen hast in dem du einfach neu die welt erschaffst in dem du deine realität neu erschaffst und das ist eines der schwierigsten dinge über alte verletzungen über alte geschichten über alte annahmen über alte erfahrungen hinweg zu sehen und zu wissen dass es alte kreationen sind die du jetzt zurücklässt weil du neues willst und diese alten sachen die emotional geladen sind die emotional an dir kleben die loszulassen und dich selbst als neuer bewertungsfreier urteilsfreier neutraler klarer schöpfer zu sehen das ist der allererste schritt der zu tun ist um in seine kraft in seine sicherheit und in seine macht einzutreten um sich dann zu erlauben alles mit neuen augen zu sehen und insbesondere menschen mit denen man scheinbar eine geschichte hat diese geschichte neu zu schreiben um in eine neue zukunft zu schreiben streiten das macht so viel spaß da zu sehen ja das kann ich machen ja ich kann neu urteilen ich kann neue rückschlüsse treffen ich kann menschen hallo ich kann menschen verändern ich kann menschen heilen heilung entsteht durch meine perspektive durch meine wahrheit entsteht heilung und wenn heilung entstehen kann egal wo im körper oder im umfeld in der finanziellen situation wenn du heilung heilung bestimmen kannst wenn es heiler gibt wenn menschen heilen und wenn du auch nur an den körper denkst ist heilung noch nur ein zurückkommen zum natürlichen wahren zustand und dazu musste den natürlichen und wahren zustand der menschheit des menschen eines jeden menschen kennen und der ist nun mal perfekt der ist fehlerfrei der ist ohne einschränkung der ist ohne limitierung und wenn du für dich selber diesen zustand als wahr richtig und unwiderruflich annimmst kannst du diesen zustand auch für alle anderen annehmen und halten und somit sind wir alle heiler wir können alles heilen wir können alles heil machen wir können alles neu machen weil alles entsteht in uns und in unserer vorstellung und unsere vorstellung wird dann wertvoll und aktiv und wirksam wenn sie bewertet wird und zwar kann ich nur kann ich bewerten ich brauche nur zwei bewertungen so will ich es haben nein danke so nicht so will ich es haben nein danke so nicht es sind die einzigen bewertungen du die du brauchst du musst nur bewerten was du haben willst ja danke nein danke ja so will ich es haben ja wunderschön gefällt mir so bewertigt es so glaube ich dass so sehe ich das ja danke kommt irgendein andere gedanken eine andere vorstellung anderes bild rein in eine realität sagst sorry falscher akt falsches spiel und du hast hier keinen auftritt danke okay wenn ich mich wieder dem zu wie ich es haben will darauf zu bestehen und zu wissen wirklich wirklich zu wissen dass es so funktioniert das ist einfach mal die grundvoraussetzung und zu wissen dass es so funktioniert ist nicht wahnsinnig schwierig wenn du mal schaust wie sich die dinge ergeben haben die du bis jetzt in deinem leben erlebt hast wenn du da einfach mal überprüfst wovon bin ich ausgegangen was habe ich erwartet was habe ich für rückschlüsse gezogen was habe ich gedacht wovon war ich überzeugt und dann wirst du herausfinden dass es immer das war was du dachtest was du glaubt ist was du angenommen hast was zurück für rückschlüsse gezogen hat es wird niemals anders gewesen sein weil es niemals anders sein kann und wenn du dir da diese klarheit verschafft hast dann weißt du wo deine kraft und eine macht liegt und dann kannst du sie dazu einsetzen die dinge zu erschaffen und zu kreieren die du gerne haben möchtest in deinem leben die du gerne erleben möchtest die du gerne sehen möchtest die du gerne spüren möchtest darum geht es also mein input für heute finde beweise für deine macht und für deine kraft finde rückschlüsse die du gemacht hast wo das nachher sich ganz genau so ereignet hat in deinem leben und wisse dann wer du wirklich bist und was du wirklich machst was du wirklich schaffst und setze dich dann auf deinen thron auf deinen stuhl und erschaffe die dinge die aus deinem herzen kommen die dich begeistern die dich in einen zustand der liebe der erfülltheit der fröhlichkeit und der freude bringen und das musst du natürlich machen ohne dass du es bis jetzt noch sehen kannst damit du es nachher in der materiellen welt erleben kannst und das ist die größte größte crux aus der wir aussteigen müssen und sagen müssen ich sehe es im innen so lange bis ich im außen sehe und während ich hier im innen arbeite und kreiere brauche ich im außen keinen beweis suchen weil ich weiß wenn ich im innen genug kreiert habe zeigt sich der beweis im außen von alleine also habe ich im außen gar nichts zu suchen gar nichts bis ich so lange in meinem innen war dass es im außen von selber auf poppt es kommt von selber und dann ist es da dann kann ich mich daran erfreuen ganz einfach wie wie bei einer blume die ich sehe die ich sehe die ich dünge die ich was mit wasser versorge weil ich weiß wenn sie genug gewachsen ist dann wird sie sich mir zeigen und ich muss dazu nichts tun außer zu wissen ich versorge sie mit allem was ich braucht und sie wird wachsen und sie wird da sein und ich habe keinen einzigen zweifel daran solange ich sie nähre solange sie hege und pflege und mich auf ihre erscheinung freue so ist es bei allem das ist schöpfung ihr lieben sag ich euch hier wäre ich fast überfahren von einer langläuferin genau das war eigentlich mein video heute für euch wollte ich teilnehmen lassen ein bisschen von der wunderschönen sonne die mich hier verwöhnt nach hause zu euch schicken und von dieser herrlichen weißen sauberen neu erschaffenen landschaft die sich über nacht hier ergeben hat in aller schönheit in aller klarheit in aller ruhe ich inspiriere euch macht weiter bleibt dran habt kein zweifel an die wirk an der wirkungsweise vom unserem menschlichen universum von uns als göttliche wesen die wir sind und wir sind jetzt aufgerufen aus unserer liebenden schöpferkraft heraus eine neue welt zu erschaffen für unser neues leben neue beziehungen und das ist warum wir hier sind jeder einzelne jede einzelne von uns also ihr lieben bis dann beziehungen